bin schon am weg kommst du mit thomas oder machst du zu hause weiter ich mach ihn noch weiter rein shoppen ich mach dir die hatch zu jetzt spielt er sonst immer noch mehr und mehr und mehr ja das stimmt was ist dieses candy cane club das ist ein knüppeln will das jemand haben was ist los das candy cane club soll irgendwie eine überdimensionale zuckerstange sein oder so ja zum draufhauen wissen du ich laufe und laufe und laufe so weit ist halt gar nicht stell dir nicht so an ist ja gut warte mal wir haben doch jetzt alle also ich habe intellekt 3 das heißt ich kann mir doch einen besseren bogen machen holzbogen was brauchen das pflanzenfasern drei stücke das ist ja wohl kein problem holzbogen fertigen ein zweierbogen habe ich gemacht ja so gut besser wie ein einser mhm so rafael kloppt holz ich helfe immer noch diese jetzt auf one hour so lange bist du schon krank ach das ist die länge der krankheit ok you feel something coming on but you're not quite sure what it is helfen der painkiller ich weiß es nicht eigentlich nicht nur erstmal honig oder so vielleicht ja ich habe keinen leider glaub da war ich ja drin alter dieser strauch hat 300 haltbarkeit nee holig ist hier nicht nee nee habe ich ja äh letzte mal schon guck mal hier ist auch so ein trink hier gibt es auch essen ich habe leider nur keine coins hat jemand von euch coins ja keine mal ja hier sind coins 240 stück habe ich keine truhe gefunden ist gut zu wissen komm mal mitnehmen wir haben ja eh nicht sehr viel essen bist du hier drin war der fein ja also ich lerne daraus ich gebe nicht mehr mein ganzes geld ab ja aber dann kann ja mal nichts zocken weißt du und dann stehen wir hier ja schon richtig schon ja dann müssen wir halt jeder eigenes Kapital ansammeln komm wir gehen mal eine Händlerquest machen ich habe noch eine offen wir könnten eine machen Raffael 1,3 Kilometer ja ich dachte wir wollten jetzt die Tresor ja machen wir jetzt auch aber der Tag ist ja noch jung da rein hier ist offen Raffael ja dahint hier ist offen achso hier geht es nicht weiter ok na gut dann komm ich glaube dahinter ist nämlich Chemiestation ein halbes Level brauche ich noch dann ähm Intellect 4 und dann kann ich auf jeden Fall schon noch einen Punkt reinstecken und ähm Destroyed ach schade drehe ich mal um zum Foto hehehe hehehe ok ach hier ist eine Kiste oh ich habe eine Nacktenkoche mal gucken da ist bestimmt ein Klo drin wow da war eine Mine heidewitzka ok ich habe Zombies angelockt die kommen komm wir gehen mal hier raus und ähm umkreisen die uns hier gleich alter Verwalter hab ich mich verjagt da hinten hauen sie schon drauf komm wir gehen von außen Raffael ah hier ist er das war die Tür nach außen wenn da einer rein gewollt hätte der wäre gut überrascht worden ja bei den da auf der Bühne wo die Gogo Stange stand da bleibt auch noch eine Bühne oh ja das sind gut verminte die Dinger vor allem die Questhäuser sind da hier geht es sogar hoch ok aber oben ist nichts hier war nur ein Zorn mir leid das hört sich immer an wie eine ganze Horde wenn sie da drauf kloppen ha war da jetzt ein Tresor drin oder nicht? ne bei den Shakes war einer bei den Shakes ah warte die Kiste wollte ich noch looten da war nur äh ein Sofateil drin sag ich ja guck mal heute geht der Healing Factor komischerweise ach ja haben wir ja schon besprochen vielleicht wegen Nahtoderfahrung war der aus ne ja genau bist du hier drin? ja hallo hallo ich komm mal hier rein warte ich hab doch einen Vorschlaghammer cool ich hab jetzt so einen ähm Zittel hier gefunden konnte ich Heimer und Forge kann ich eine Stufe jetzt höher machen ja Hammer und dann kann ich jetzt ist wahrscheinlich nur vorübergehend ne kann ich nicht nur Intellekt ist höher gegangen aber sonst nichts es gibt ja auch so Brillen und Gegenstände die dich einfach buffen und dir plus zwei Intellekt geben oder so ich versuche es trotzdem mal Werkzeuge zu machen vielleicht geht es ja trotzdem aber ich glaube das war plus eins auf Stufe eins und ich hatte es bereits schon auf Stufe eins oder du brauchst die Werkbank oder so nein ich brauch das Jobstück von A2 ah 2 das steht da drin warte mal denn Stahlpfeil und Flinten-Money so und hier war irgendwo noch einer oh ich hab schon Essen gefunden und Dosen Dosen sind später wichtig oder war der ach ne oder der war drüben beim in dem Pub wo in dem Pub war ich doch noch gar nicht Pete's Pub hey die müssen ja hier in der Girls Bar gewesen sein ach guck mal noch ein Zombie richtig ah zu früh das ist die Tanne oder die ist schwierig die Pfeile mal fertig yo Raphael kommst du mal kriegst einfach jetzt ein paar mehr weil du schießt ja eh mehr wie Thomas ich hab aber noch 250 also kann ich mit Thomas auch noch teilen beziehungsweise wir können noch mehr machen mal genug Federn so wir gucken irgendwo waren aber noch Tresore auf der Suche nach dem Chat auf der Suche nach dem Chat hier waren wir doch gerade hier ist doch die destroyed hier das Sofa Teil aber wo war ich denn gerade dort drüben wo zwei Tresore waren keine Ahnung was war denn in dem einen Tresor gerade äh ein bisschen Schrotmonie und Dingsbombs ne ne Dingsbombs mhm ehrlich so viel äh ach da ist er wo ist da ein bisschen nur ach da da ist da wo ich bin und äh Stahlbolzen sag mal Bescheid sobald ihr mal einen Honig habt ey oder eine Antibiotika ja ich meine ich weiß zwar nicht bis jetzt zieht es mir nichts ab aber ich denke mal das könnte was Schlimmeres sein wenn das schon so lange ist ich hab das schon so ewig diese Illness ja muss man sich mal informieren ja weiß ich nicht vielleicht liegt es daran dass euer Lebensball nie voll ist meiner ist grundsätzlich voll der ist jetzt nicht voll weil ich auf eine Mine getreten bin Jackewehr und Muni oh Jackewehr welche Stufe 1 ok glaubst du wohl nicht im Ernst wenn ich ein 2er hätte dass du da kriegst ich hab das nein haha so haha das Haus sieht interessant aus er ist noch ein Metzger mhm wir wissen alle was ein Metzger hat ja komm wir gehen lieber in die Livebar mit Livemusik ja machen wir einen drauf vielleicht spielen sie ja was interessantes oh da ist ein Hirsch oder ein Bär oder was ist das wo 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 da hinten oder Schwein oder Zombie Entschuldigung Hawaii die so ein fettes Viech mhm erstmal gucken ob wir hier irgendwo wir können da ein bisschen Metzeln gehen da ist was los da vorne warte ich guck mal ob wir hier gleich irgendwie vernünftig in die Hütte kommen weil hier ist so ein kleiner Hinterhof ja hier ist doch schon offen wir fahren auch wo bist du drin in der Livemusikbank Musikbank ja ja bist du jetzt von hinten rein ja ich bin doch gar nicht rein ich komm ums Haus genau wird auf jeden Fall noch mit der Zeit hier einen Healing Factor ausbauen dass das noch schneller geht alles da bist du da bist du ich hab ein Pompter gefunden oh ich hab ein Zombie gefunden schon mehrere ja komm wir geh mal hier ran lass wir mal hier Richtung da draußen kommen ja lass die mal alle raus kommen ja ich geh mal um die um den Zaun rum da ist auch was los glaube ich ne die hauen da gegen eine andere Tür achso stell dich genau vor ich bin auf ne Hocke ja das bringt doch trotzdem nix sorry jetzt hättest du da ruhig stehen bleiben können ich bin schon zur Seite gegangen da ist ja auch da kriegst du auch Schick du hast da ja auch wieder ordentlich ja das will doch auch Schick ja das will doch doch auch Ja, doch, ich krieg was. Ja, sicher. Wir sind ja nicht weit weg. 300 Kilometer, nee, 189. 300 Kilometer. Meter. Aber ich weiß jetzt, was du meinst, Thomas. Und zwar mit diesem Verlangsamten, sag ich schon. Mit diesem ganz leichten Verzögern. Schießt genau auf den Zombie. Und der ist aber eigentlich schon eine halbe Sekunde weiter. Das ist jetzt nicht tragisch, aber fällt mir das nicht drauf. Pass mal, pass mal so. Ja, mach so nix. Jetzt warte ich, ich baue mal kurz die Couch hier ab. Die gibt Stoff, glaube ich. Weil wenn ich gleich die Bandagen herstellen kann, nehme ich das mit. Wir hatten noch 170 Stoff. Ach, obwohl, Quatsch. So viel Aloe Vera haben wir gar nicht. Okay, schon gut. Ja gut, können wir aber schnell holen, ey. Ja, aber erst mal. Aloe Vera. Stoff können wir ja auch wieder holen. Das ist auch mal Ecke. Das ist ja nicht die einzige Couch im Spiel. Was steht denn da? Ach, schon Lederhandtasche. Ja, Raphael. Ach so, ja, ja. Ich hab schon. Wie war da so sneaky versteckt? Ja. Hier ist übrigens Leder Couch und du wolltest Leder haben, oder? Ja, holen wir gleich. Komm, wir gucken erst mal, ob oben noch, äh, ich glaube, oben ist noch was los. Was ist so ein Dungeon-Haus hier? Ja, ist schon was. Vorsicht. Oh, hallo. Oh, hallo, hallo. Fall nicht hinter dir aus dem Fenster, nicht? Ja. Jetzt hab ich einen Stein gesammelt. Die sind cool, diese Häuser. Ja, die gibt's ja eigentlich nur noch, so gut wie. Vorsicht, hier kommt was. Darum bin ich auf Stärken gegangen. So ein bisschen mit, weil in diesen engen Häusern schießen ist manchmal ziemlich schwierig. Oh, guck mal, wo deine Tasche liegt. Guck mal hier. Voll gut versteckt. Jo, muss doch von oben gleich drauf achten. So? Lass dich mal kommen, ich kann, oder ich geh rein, weil ich komme. Oh. Ne, 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 ne. Komm mal her. Das jetzt umgefallen ist. Ja, der hat gerade schon Sneaky-Bonus von mir kassiert. Oh, da kommt mir kein... Kannst du reinkommen jetzt? Oh, ne, zwei, warte. Oh, ne, weiß. Alter. Vorsicht, die kommt. Was machst du denn? Ich schluss in der Kino-Blox mich die ganze Zeit. Geh mal raus, wir hören nicht auf den. Nein. Wir bleiben hier. Scheiß drauf. Ja. Bis zum Schluss. Guck mal. Guck mal. Guck mal hinter dir. Shotgun-Messiah. Irgendwas. Mal gucken. Salz unter der Spüle. Oh, moderne Toilette. Ja, stand da. Okay, das war's hier wohl. Da oben ist noch irgendwie so ein Verschlag. Da kann man noch hoch. Müsste ein Leiter hier irgendwo hinführen. Oder von außen wahrscheinlich wieder. Ist noch ein Dachbohr. Ist noch ein Lager. Da ist bestimmt der fette Loot drin. Warte mal. Guck mal. Guck mal hier nicht. Da fällst du runter. Und da eben hochbauen. Hast du Frames bei? Ja, kann ich aber eben machen. Ach, hab ich doch irgendwo gespeichert. Hier und hier. Holzrahmen. Haben wir eben 30 Stück. Haken. Haken. Macht's denn Sinn, dass du auch hochkommst? Hier, über die Schränke am besten. Ach, guck mal. Kommt man sogar hoch. Guck mal. Nee, kommst du. Du kommst nicht auf die Hängerschränke. Ach so, okay. Die Idee war eine gute. Du hätte... Haben sie gut gemacht. Nur kommst du halt hier nicht drauf. Hier auch nicht, oder? Nee. Warte, ich muss hier noch einsetzen. Doch, kommst du, kommst. Ich bin oben. Du bist ja irgendwie über mich gebackt, wahrscheinlich. Nein, du bist einfach ein Noob. Du kannst ja nicht. Das weiß man ja. Ich glaube, wenn man die hier abpasst, kriegst du so mechanische Teile. Hier oben ist einfach mal gar nichts. Hier sind eigentlich in solchen Häusern sind diese Supplies versteckt. Diese Quest, die ich jetzt hab für das andere Haus. Und dann suchst du die hier oben meistens. Da ist noch jemand. Oh, hier ist noch ein Dach. Oh, Geier? Was ist das? Ein Geier. Vorsicht, Geier. Wo denn? Wo denn? Noch mal einer. Gut. Oh, was lebt denn noch? Wo ist der? Vorsicht, wir haben zwei Zombies am Dach. Da war sie ich noch nicht. Hm. Oh, der hat Loot verloren. Oh. Boah. Da muss ich noch ein Foto von machen. Das ist ein Shotgun. 330. Muni. Armbrustbolzen. Shotgun-Munition. Jagdgewehr-Munition. Boah. Jo. Der war gut. Guck mal, hier ist man. Rucksack. Oh Gott. Versehentlich sind's Mörderschlag auf dem Boden gemacht, ey. Ach guck mal, lage ich doch. Du kommst von außen hoch, siehst du? Ah. Und hier geht's mal noch weiter, ne? Ja.